Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dorn, das viele Lichtjahre von zuhause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dorn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Gemma da zuvor gesehen hat. Hallo, guten Tag. Ah, wir haben hier nicht in den Rücken gefallen. Hier bin ich nicht so geil. Mein Inventar ist voll. Das habe ich jetzt schon mitbekommen, schätze ich. Da, da, du. Okay, welcher? Der da. Hey. Wir tun, was wir können. Wir brauchen diese Tetron-Sprengladung. Okay, auf geht's. Ja, klar. Hm, rein da. Oh, hallo. Die sind schon mal hinüber. Der wollte Hunter mich anlegen. Das sehe ich aber nicht so gerne. Wer ist das da? Der Rem Tarell. Ups. Ey. Bleib mir vom Leib. Ehrlich. Wahr sein. Oh, einer meiner Leute ist bewusstlos. Okay. Äh, zwei meiner Leute sind... ...bewusstlos. Okay. Wo sind sie denn alle? Wo, wo ist mein restliches Team? Oh. Äh. Steh auf. Du hast zu tun. Du auch. So. Ja, na klar. Ja, na klar. Äh. Wie ist das passiert? Wo ist er denn plötzlich hin gespawnt? Äh. Äh. Okay. Du bist schräg. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Es gibt vielleicht nicht genug für das, was wir vorhaben. Wir müssen die Schilde um die große Halle herum ausschalten. Das klingt logisch. Irgendwelche Vorschläge? Das klingt logisch. Das klingt logisch. Nein, nein. 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 Dann werden wir dort zuschlagen. Sehr gut. Verstehen die Schilder und vorbereiten uns für die Kriege. Wir müssen jetzt nicht verlieren. Ah, holen wir uns das, was wir brauchen und verschwinden. Die Kriege ist ein. Nein, nein. Geh die Tetreons-Charger, während du kannst. Na klar. Ja, damit. Ah ja, nehme ich. Ah. Wir brauchen 50. Ja, nehme ich. Oh, ne große Kiste. Aha. Aha. Oh ja. Oh ja. Da waren gleich ein paar mehr drin. Okay. Gut. Die nehmen wir auch noch mit. Das sind echt viele. 50 Sprengladungen und die reichen wohl nicht. Um einfach nur so das Ding weg zu hauen. Das ist schon hart. Achso. Das hätte wahrscheinlich hier gereicht, ne? Hätte ich schon zwei Behälter vorher aufhören können. Na klar. Wo ist der Ausgang? Ach, der ist sowieso oben. Wir sind ja oben rein. So. Kein Platz im Inventar. Ich bin schon dabei. Ah. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen hiervon. Ja. Kommt mal alle her. Ja. So. Und dann. Feuerwerk. Schön. Haben wir gut gemacht. Weiter geht's. Na, da kommen doch schon die nächsten. Aua. Wurde geschubst. Mach den Hund doch kaputt. Muss ich ihn hier einfach auffressen. Ach, Echo. So. Du bist da eine Blinze. Noch einer bewusstlos. Wo ist er denn? Da. So. 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 Ja. Äh. Sterbt. Sterbt. Und so. Wo sind jetzt hier meine zwei... Zwei netten müssen wieder. Achso. Ne. Jetzt ist ein Abtrünniger. Hör mal auf mit der Aktion. Danke. Hauer rauhauhauhauhauhauhau. Ist doch noch nicht geplant. Lady Jehool, ha ha ha! The Emperor awaits you in the Great Hall! Face him, if you have the spine for it. Go. Do what must be done. Need to return to the Rotorin. Join the fight there. From one ex-chancellor to another. Use it well. Come. We have business within the Great Hall. Okay. Es sind alle bewusstlos. Das ist beeindruckend. Oh, und du? Oh, und du? Naja, du wirst jetzt doppelt geheilt. Das ist auch in Ordnung. Und irgendwo liegt noch einer? Ne, sind alle schon wach. Okay. Beim Auf ins Gefecht, würde ich sagen. Do you miss this place, Mother? This is as close as you get to being Chancellor again, I'm afraid. You're blocking my path, Lucky. Make way. Arrogant. Misbegotten clone. Jan-Chu. Your path ends here. You will not save her. Toll, pass fight. You will die on the Emperor's blade. Those Forcefields are blocking our way. Destroy the emitters and the walls to bring them down. Ja, ich, äh, versuch's. So many fools. All eager to fight in a burning house. Haha. Haben wir? Zwei von vier. Ach, da oben. Okay. Wie clever you are. But you will go no further. Ja. These emitters have shields. Disable them with your tricorder. Then destroy the emitters. Mit meinem tricorder. Flanking damage detected. Oh shit. Und zack. Hab ich. Zwei meiner Leute sind mal wieder bewusstlos. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Okay, Nummer drei ist erledigt. Nein, es ist an dem Ding nicht so sonderlich viel Schaden. Aber es geht. This is where you fail. You will never get past. You should have stayed in your own time. Okay, ich muss ihn beziehen. There is no place for you in my empire. She is a delusional old fool. The only place for you is Gretor. You will be there soon enough. Thank you, Mr. Kagan. No. Not this time. This? Energy. We need to block a car's personal transporter. Have you tried shooting him before he can use it? You know he runs at the first sign of peril, Captain. We need to prevent that. Understood. I need this transporter reference. With that, I can block him. When he transports, scan the area he lands. A few scans should provide his complete frequency. You're still there? Time to do something about that. Transport Signature Skin. How do I do that? Yeah, stay in the sauce. That's really good. Okay. Quick scan his transporter signature. Yeah. Have I. Well done. Give me Doom Lord and I will shot you that. That's me Doom. Don't. Don't. I see fools remain while the house burns to ashes. Pathetic. Ah, ah. She's missing. Nein, das war doof. Und er haut wieder ab. Ich hab sie. Schau, schau seine Transporter-Signatur. Hab ich, hab ich, hab ich. Er muss jetzt nur wieder kommen. Zwei Scans, eine mehr. Und seine Rennungdienste sind vorbei. Ja. Da. Du bist so innenüber, Junge. Na komm. Schau, schau seine Transporter-Signatur. Hä? Das war instant weg, vorm Timer. Das hat gepackt. Ist doch bescheuert. Du Pfeifer. Und ich tue es. Und ich habe es. Das werden wir. Sobald er wieder da ist. Du wirst immer noch leben. Du wirst immer noch leben. Ich versuche, etwas zu tun zu tun. Weiter, weiter. Ne, nicht weglaufen, Junge. Du standst da grad so schön in meiner Soße drin. Was ist das? Was hast du getan? Hä? Nix mit abhauen. Oh. Oh, ho. There is no escape for you this time, my worm. Ciao. Give my regards to Fatla! Sie können nicht gewinnen. Ich will not allow it. You shall never rule Earth. Tokpa, Tokme! Not to be. NO. They will never follow you. Schulina, esta outra son! Ich glaube, das gehört zu dir. Nein. Das ist nicht mein Bestand. Das liegt in deinem Hand. Als Chancellor. Recht Klingern! Recht Klingern! Fault! 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 Ja, schön. Heute sprechen wir mit der neuen Kanzlerin. Oh, jetzt sind wir so nett. Ich glaube, wir sind immer so nett. Ihr dürft alle, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier, die hier. mitfeiern. Hier ist geschützt rum. Ja genau, holt sie mal wieder. Sehr gut. So. Ja, das ganze Trupp zusammen ist. Nun gut. Tja. Röpö. Daran hab ich hier überhaupt gar keine Zweifel, Kanzler. Ja, in der Tat. Zwei Wochen später. Zwei Wochen haben gelesen, seit dem Fall von Jimlok. Unsere Wälder heal. Die Ehren gegründet haben ihre Ancestoren in Stovokom. Ordnung hat zurückgebracht. Rebuilding was broken or lost, hat begonnen. Es gibt mehr zu tun. Aber zuerst, wir werden unsere schweren fort. Victory. Nun. Ah ja. Mit ihren Kameraden in Erinnerungen schwelgen. Ja, das machen wir doch. Lasst uns etwas schwelgen. Hallo Leute. Hey, Tarsif. There are more like me among the liberated Alachi. Some prefer life within the mycelial network. But others would like to return to their former lives when the time is right. Hmm. Sind sie einer von ihnen, Tarsif? Not at this time. The Alliance has asked me to represent the liberated Alachi. As an ambassador, I will be able to forge a new future for my people and to protect the sanctity of the mycelial network. Perhaps in the future, I will return to a life among the Romulan people. But for now, my place is with the Alachi. Mein Glückwunsch dazu. Ich weiß, dass sie das Richtige tun werden, Botschafter. Schön, schön. Freut mich. So. Hi. Ähm. Kick ran. Ich stimme zu. Die Allianz darf die Klingonen nicht im Stich lassen. Wir können nicht noch einen Jimpok afforden. Die Tragödie von Kithomer oder Wurz könnte wieder passieren. Besonders wenn so ein Tyrant ihre Augen auf die Federation oder die Republik dreht. Auch die Dominion könnte so beantwortet werden. Ich vertraue darauf, dass die Anführer der Allianz in dieser Sache weise entscheiden. Ich, ähm. Sie haben gar keine andere Wahl eigentlich. Okay, okay. Wen haben wir hier noch? Hey! Adetpa! Und dann sind da noch alle die Mutationen von Akars Virus. Das ist sehr gut. Ich habe nur getan, was nötig war. So. Wen haben wir denn noch? Natürlich. Martok. Manche glauben, dass sie mehr Leben haben als eine Krishna-Katze. General. Indeed. Grythar holt ein number of fools, who thought they would be the end of me. There are two, in particular. I'm glad to be rid of on this day. Jim Pock und Akar. Yes. Though I am pleased that their deaths led to Gaurons release from Grythor. Now he resides with Kalis in Stovacor. And I have no doubt, Feklar is glad to be rid of him. Ha, 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 ha. That wild-eyed schemer was probably well on his way to taking charge of the place when he was released. Ich vermute, er wird ab jetzt Kalis auf Trab halten. Okay, na dann. Kanzlerin... Ah, so. Fast vergessen. Worf. So, na ihr zwei? Fakkelträger? Das ist eine ziemliche Ehre, Jaula. Ja. 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 Ich bin, als andere Torchbeerinnen vor mir. Es wird meine Rolle als Angeber für den Chancellor sein. Und, wenn notwendig, um meine Hand zu schrauben, wo sie nicht kann. Es ist meine Intention, sie und den Empire zu bester meiner Fähigkeit. In meinem Zeitpunkt hier haben wir adversaries und alli. Es ist eine strange Reise für uns beide. ohne dich. Das Empire hätte verloren sein. Für deine Rolle im Konflikt. Du hast meinen Respekt und meine Dank. Danke auch. Gehen Sie weiter auf den Pfad der Ehre, Jaula. Tja, damit haben wir es wohl abgeschlossen. Dieses wunderbare Kapitel in Star Trek Online. Wir bekommen dann sicher wieder noch das Abschlussgespräch und dann, naja, wird es, äh, naja, vorbei sein nicht, dann geht halt die nächste Questreihe los. Das Event hat geschlossen. Du kannst dein Schiff zurückkommen zu deinem Schiff, zu deinem Leisern. Natürlich. Und da haben wir ein Minischiff. So, wir warten mal ganz kurz aufs Abschlussgespräch. Once more, I stand for the Empire as its Chancellor. It is a singular honor, and I will lead by example in the days to come. There is much to be done, but we will meet every challenge and emerge victorious. For we are Klingon. Klingon mach Tach, Judge. You have been an honorable ally, and your name will be remembered in songs and tales forevermore. Glory to you and your house. Kappler! Kappler! Und damit endet es halt endgültig. Ein Tag, an den man sich lange erinnern wird. Wir werden uns erinnern. Wir kommen natürlich Klim Bims. Ich darf mir noch was aussuchen. Aus einem Artikel kann ich mir einen Artikel aussuchen. Tetri- und Minenbarriere. Ja, ist okay. Und dann sind wir hier durch. Und würde sagen, ich danke vielmals fürs Zuschauen und Dabeisein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge in Star Trek Online wieder. Mit der nächsten Questreihe. Dann nochmal vielen Dank. Bis dann und ciao, ciao.